So, da sind wir wieder bei, äh, Let's Play Together World of Warcraft, ja. Wir haben mittlerweile prepatched zu Legion, das heißt Chrissy hat hier erstmal versucht, seinen Hexer wieder neu zu lernen, deswegen hat er die Quests ja einfach schon mal angefangen. Ja. Ja. Alles zerstört. Ja, er bringt mal wieder einen Kataklysmus über die Welt, obwohl wir den Kataklysmus jetzt eigentlich gerade erst hinter uns gelassen haben. So, alles zerstören, alles kaputt machen. Ja, noch bin ich nicht begeistert. Jetzt darf man den ganzen Fässer aufladen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht nachher dahin, hauptsache, warum, was brauche ich denn noch, auch noch, für ein Hilfe am Agro, ach Moment, bin fort mit dir, du. Timon ist gerade online gekommen. Ja, von der Pest. So, da haben wir noch ein Fass. Moment mal, gibt's die Quests da unten eigentlich auch schon? Der Tor ist easy. Äh, ja, da unten müssen wir eh eine Quest abgeben. Also machen wir erst die unten, oder wo? Ja, ja. Da kommen wir sowieso sonst nimmer her, wenn wir da einmal waren. Ich hätte meinen Hexer hässliche Hackfresser nennen sollen. Äh, ja, heißt er ja schon fast. Angry Face, Sextschutz, die Sharkfresser, krass. Da kommt Angry Face und zieht einen wütenden Mob hinter sich her. Ja, die Kataklysmus. Super, bis ich hier fertig gekasselt hab, toll. Jetzt bin ich, äh, spannend. Ein Hexenmeister kann nicht über das Wasser laufen, scheiß, ey. Du musst mal die Glyphel entfernen. Die Glyphel gibt's auch nimmer. Moment mal, aber ich hab doch da irgendwo noch meinen Azublauen Wasserschreiter, oder? Ja, den haben wir doch noch. Können wir hier eigentlich mal wieder reinziehen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das Mushan-gedünste respawnt. Jetzt haben wir so die beste Glyphel, äh, die beste Fähigkeit nicht entfernt. Das Auge vom Killrock. Wie viel Augen hat Killrock eigentlich? Too much. Na gut, das ist doch das richtige Maut für den Hexenmeister. Ach, Teufelshündchen. Ich soll vielleicht während der Aufnahme die Grafikeinstellung eventuell ein bisschen nach unten setzen. Ich merk grad, dass die Framerate ein bisschen ruckelt hier. Das war zum Sonntag. Das war zum Sonntag. Oof. Nein. Ach, nein. Zum Sonntag. Für den Helden. Helden? Wer ist ne Held? Das frag ich mich auch grade. Wir betten drauf, oder? Da hinten, was auch übernimmt, legt er hoch. Dürfen die Burg hier stürmen. Dann zerstürmen wir sie. Zerstörungshexenmeister so machen. Das sind noch mehr Augen von... Achso, ne, das sind Augen von Gratul, nicht von Gratul. Jetzt klingelt hier das Telefon, na super. Ding, 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 ding. Kataklysmus! Da muss ich direkt hingehen, wenn ich jetzt hier fertig bin, weil das könnte was Wichtiges sein. Moment mal kurz. Eine Hektik. Die Hektik. Pyroblast in your face, bitch. Geht da nicht demolieren, was ist das denn? So, bin wieder da. Bebe. Bei mir hast du die ganze Zeit Zauber nicht erlernt, wieso kann ich das nicht machen? Dann hast du irgendwas nicht erlernt oder so, irgendwas in der Talentspezialisierung oder sowas. Nein, ich will das Leuchtsignal auf die Wildwichtel werfen. Ah, es geht so. Die, die, das habe ich schon gemacht eigentlich. Ich habe es nicht bekommen. Okay. Hex-Meister gegen Hex-Meister. Wer ist der beste Hex-Meister? Ich, ich. Das hat sich nicht verändert. Wenigstens eine Sache, die beim Alten geblieben ist. BAM! So, dann sind wir hier schon fast fertig. Da können wir hier aber auch direkt alle Quests abgeben. Ne, mir fehlt noch diese Scheiß-Demolierer. Ich kann ihn nicht mit meinem Ding beballern. Okay. Kann ich da runterspringen, ohne dass ich sterbe? Das geht. Ja, ihr habt kein Ziel. Zauber nicht erlernt. Okay. Kann ich den Munitionsvorrat nicht anklicken. Komplisat. Okay. Und die Bombardierer kann ich auch nicht beschießen. Ihr habt kein Ziel, Zauber nicht erlernt, Zauber nicht erlernt, ihr habt kein Ziel. Schon komisch. Ah, jetzt ging's. Man muss bloß hartnäckig genug bleiben, auf genug draufdrücken, irgendwann akzeptiert besser, dass du einen langsamen Rechner hast. Okay. Ich bin bloß gerade am rum experimentieren, was ich für eine Grafikeinstellung hier machen kann, während ich am Aufnehmen bin. Das Camtasia-Studio nimmt mir doch ein bisschen was an der Leistung weg. Aber gut, auf 8 von 10 geht's noch. So, dann machen wir hier mal die nächste Quest. Na dann bringen wir einen Gartruhloon. Und da ist eh gerade schon jemand dabei. Hauen wir da einfach mal mit drauf. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Weil er uns gestunt hat. Wie ich wieder meinen Chaos-Blitz-Chaos-Bolter durchhabe. Auf in den Gyrocopter! Wir durchbrechen die Schallbauer! Mein Outfit galt voll dazu! Wie tief kann man fallen? Wie tief kann man fallen? Wo ist der? 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 Ach, da hinten. Ja stimmt. Über die Brücke müssen wir jetzt drüber. Der weiße Bauer. Dann tun wir mal Hosen schlachten. Dabei haben sie doch gar keine Hosen an. Wie kommen bis ich was cast, habt ihr die schon alle tot gemacht, ich hasse Quests mit euch, wisst ihr das? Ja, hast du uns schon mehrmals gesagt. Deswegen spiele ich keine Caster, das... Aha! Kriegt ihr die Hinweise auch, wenn ich die anklicke? Ich glaub schon, ja. Ich glaub, hier war es Nummer 3. Ich glaub, hier war es Nummer 3. Das ist sehr schön. Dann sind wir hier eh schon fertig. Nee, mir fehlt noch das Logbuch. Ah ja, stimmt... Hm, das ist hier. Auf dem Schiff liegt es drauf, also in dem Leichnam da drin. Jetzt schaut euch an, ihr dreckigen Affen, spürt den Kataklysmus. Alles wurde tot, Chrissi hat nur einen Lieblingszauber. Dauert so, ich zum Karsten, das ist echt lustig. Einfach alles zusammenziehen, Kataklysmus, alles verbrennt. Hat man früher mit dem Demo auch mal skillen können, das war lustig. Jetzt schon wieder von irgendwelchen Affen angegriffen. So, mit den Affen schlachten dürfen wir jetzt gleich weitermachen hier. Und dann laufen wir kopflos durch die Gegend. Wir holen alle Affen zusammen, ziehen einmal Kataklysmus und alles ist gut. Das Spiel gefällt mir. Ja, zusammenziehen, einmal casten, alles tot. Was will man mehr? Okay. 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 Oh, noch sechs Schädel und dann sind wir schon fertig mit der Quest. Die Schädel habe ich schon alle. Die Schädel habe ich schon alle. Wir haben beide Krittenmeisterschaft, aber der hat mehr Meisterschaft.